Herzlich Willkommen bei Andreas Dienbacher, Person Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T zum Thema Ich will nicht nur zwei, drei Wochen im Jahr gut aussehen, sondern ich will das ganze Jahr in einer recht guten Shapeform, in einer guten definierten Form dastehen. Das geht, ist überhaupt kein Problem. Man muss einfach gewisse Regeln einhalten und die Regeln bedeuten natürlich, dass klar regelmäßig sich bewegt wird. Der eine mehr oder andere weniger, je nachdem was für einen Beruf man hat, je nachdem was eine Stoffwechselumsatzrate man hat von Natur aus, muss sich der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger bewegt und aber ganz wichtig, der wichtigste Faktor ganz klar ist und bleibt in der Küche. In der Küche, das heißt so wenig wie möglich Fastfood, so wenig wie möglich Süßigkeiten, so wenig wie möglich Alkohol, so wenig wie möglich energetischen Müll zuführen, sondern hochwertige Lebensmittel, so weit wie möglich Natur belassen, so weit wie möglich nicht industrialisiert, regelmäßige Mahlzeiten zu regelmäßigen Zeiten, Prioritäten und nicht vergessen, die Küche ist immer in der Nähe, beziehungsweise man sollte natürlich auch dann, wenn man nicht den optimalen Job hat und nicht nur zu Hause ist zum Arbeiten oder eben feste Arbeitszeiten hat, eben sich gewisse Lebensmittel, gewisses Essen vorbereiten für den nächsten Tag nur mitnehmen in seiner lieben Kühltasche. Das kann man machen, ist natürlich klar mit Arbeit verbunden und natürlich nichts für die Menschen, die zu faul sind, sowas zu machen und nichts für die Menschen, die lieber jammern nachher, wenn es nicht funktioniert, sondern diejenigen, die es ernst nehmen, die wissen das ganz genau und die gehen natürlich her und sagen, okay, ganz klar, mein Essen wird vorbereitet und wird Abend davor, am nächsten Morgen, ich bereite es mir abends vor, damit ich am nächsten Morgen keinen Stress habe und schon läuft das Ganze. Für alle die, die nicht nur zwei, drei Wochen im Jahr gut aussehen möchten, sonst kann es ja einer guten Shapeform, die sollten natürlich die Regeln einhalten und dann läuft es. Das war es, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alles bis zu dir, das war es zum Thema, ich möchte nicht nur zwei Wochen im Jahr gut aussehen.